Es wird bald aufhören Weizen tun, das noch umgesunde und scharfe Zähnler wie ein Meisel. Ärger ist mit dem Patient. Der Schmutz hat sich schon reingekappt in die Höhre und hat dort ungemacht nach oben. In der alten guten Zeiten ist ein kleiner Hebermann gewöhnt ein Kandidat, das euch fuhren, um Schabbeshergudel, kein Meisel. Wie groß ist der muss gewöhnt der Weihdug in die Höhre von Aza umgeklärt sind. Heint ist ganz anders. Mit der Hilfe von Röntgenbestrahlung gibt sich fast ein Eize euch mit der sechster Macke von Meisel und heißt auf Jüdisch Gorposchit Parch. Nur nicht gesorgt. Der Bucher wird noch oben eine schöne Frisur und wird spielen eine gut bedeutende Rolle beim Führen affliert mit schönen Mädeln. Aber jenes ernster Fall haben wir jetzt versichert. Leider ist sie gekommen zum Post ein bisschen zu spät. Die Ohrenkeit und die unhygienischen Bedingungen, in welchen sie hat gelebt, haben schon die Seine getan. Der Röntgen beweist eine schwere Lungenkrankheit, Tuberkulose. Der Röntgen beweist eine schwere Lungenkrankheit. Der Röntgen beweist eine schwere Lungenkrankheit. Und jetzt sehen wir wie es wert gemacht an Ordnung das Versteigt in den Rheinlösen in der Tölle Stad, kranker Lungluft, bei der sie soll ruhen und werden gesund. Und die ganze Arbeit von Tos darf gehen in der Breite und in der Tiefe. Das heißt, sie darf erspreden werden auf einem gewissen größeren Zulstädten Land und dort, wo sie existiert, darf sie geführt werden, wo starker und wo breiter. Wir dürfen denken, dass noch eine Sache härter genießen ist von der Hilfstätigkeit von Tos. Und wir müssen die jüdische Bevölkerung von den deutschen Gehörtern reinziehen in die Reihen von Tos und verpflanzen dort unsere Ideen und Aufgaben. Nur, wenn wir Wellen halten in der Aufsicht über einen gesunden Zustand für die Kinder auf alle Stufen und Abschnitten von seiner Entwicklung, weil wir können und ergreifen unser Ziel schaffen eine fiese, starke Generation und einen gesunden jüdischen Dorf. Zu dem Zweck dient Taki die Schule von Tos für die Ausbildung von genihte jüdischen Krankenschwestern. Die alle jungen, sympathischen Mädels sind in zukünftigen Wertungen von den gesunden, neigebürenen, orme jüdischen Kindern. Dort sehen wir sie auf der Lektion von Anatomie. Asatscharben gehören nicht zu den angenehmen Sachen. Der Vater wüsste ich kein einzig verjungen wie jüdische Mädler. Und deswegen, als man muss von Asatscharben lernen, nimmt man ihn in der Hand rein und man lernt. Als man muss, muss man schwereres mit der Lektion von Lernen machen, Einspritzungen geben. Die Spannung ist groß, fortanhüren. Es wird wohl nicht helfen, ob die größten Nudeln, die reingestochen wären, in nackten Ohren, von der auf Katowes kranker Schwester. Aber urheimische Sache ist der Vater, das Lernen zu stellen, Beinkiss. Tatja Rachmun ist die kranke Schwester, wüs muss sich röse stellen, auf ein Emis zweig tut die Beinkiss auf ihre eigene Pleizis. Zum Blick sind es das obertrückende Beinkiss nicht kein Gehackte, wie unsere Seide besonders wie gehabt. Und jetzt kommt das Schwerste, die Lektion von Lernen einwickeln, also ich Kind. Das Windele zwischen die Fiesler. Das ist zu liebkame, bekame Tane, nötig und verständlich. Danach werden die Fiesler herangewickelt. Jetzt sind beide zufrieden, ich das Kind und ich die Schwester. Entschuldigt, das ist derweil ein Gehackte, und ich kein Kind. Für mich gesorgt. Heute sehen wir schön Emisse, zappeldecke Kinderlach, mit welches vernehmen sich flinke und genihte Krankenschwester. Wie ihr seht, kämen sich nicht verklungen. Kinderlach ist Gott zu Dank in Dorr, kein Jürbur. Jedes Kind wird geholgen und behandelt von einem Kinderdoktor. Als wolle Jatterlach mit guter jüdischer Keplerlach, aber nur gesund und stark sollen bei uns sein. Dazu dient die Kinderambulatorie von Tos. Du wirst gesorgt von gesundem Kinderlach und soll aufwachsen auf starke und muntere Menschen. Musik und Tati von gesund wegen werpt der kleine Bocher verleuchten mit der Quarzlung. Wie ihr seht, tut ihm da eisig mit den Brillen und die warme Quarzstrahlen ein größer Hanoe. Das hat ihrer verdankten Mame mit ihr krankes Kind. Sie hat sehr gut getun, und sie ist bald gekommen zu laufen in Kinderheim von Tos. Das Kind wird schon wohl nicht fehlen. Und alle jüdische Hore mit Kinder gesuppt geworden. Musik 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 Und du, hotter sei, die frühzeitig zu neu gesammelte und arroz gerissen und erneut ohne jüdische Küche-Montscheklech. Warum ist wichtig und zichtig? Auch was ein Kindes Herz bagiert, ist du voran. A spiel achu, a spiel achu. Essen, essen, frische Luft, frische Luft. Musik Nicht mehr, herrle kleine Jadlach, leben die Stimme zwischen sich bei Schulen. Kommt, hake amul, ois zu machen, a bitter Kreppel. Aber die gute Wechtung nimmt sich um die Kräfte von Bearbeten. Hallowei, woppa, die größte Geherrscht, da sah Gerechtigkeit, wie sie herrscht in Kinderheimen. Und morgens, Schumus, wie ist es geschnuppen auf der offenen Verande? Und ich guckt sich nur sei um die gesunde, zappelnde Kinderlecht mit der lebendige, lachendige Eigerlecht. Wie gefällt euch der junge Obfollo mit der blonde Hörlecht und der schwarze Eugen? Akrasawietz, abucher, munter und lebendig, gutternährt und stark. Verschwolltet wegen, flirte wird er schon bezeichnend mit Linger Habertes. A solche gesunde, munteren Kinder zu erziehen, ist der Ziel von Tost. Und zum Schock sollen wir der monen, dem größten Kinderfreund und Mitgründer von Tost, Dr. Zemach Schabbat.